ja ist was soll ich zu können was sie an der Hauptverkehr wenn die Kämmerkarte auf ja auch steht ich kriegst macht er auch Spinnen genau das wird sein ich habe es gesehen stimmt noch nie genau in der Mitte und sie gehen mal auf ja er habe ich den Freund schon mit zu dir gesorgt ich spiel unlogisch was du mir zuerst so immer in den Dschungel immer in den Dschungel da findet man öfter so konservierte Schafe oder wie die Dschungel die Dschungel die Dschungel woher dann da oder du siehst immer das es ist mit dem nirgendwo ich wollte nicht mehr in der muss tut ich aber entschuldigen Schaaf allein Blatt geben heute zwei Wochen waren der Fettig eine Wolle und die Schöpfung jetzt bis zunächst mal keine Wolle finden dann blick ich sowas von der Masse ganz selber nicht jetzt kannst du es selber dir noch mal glauben Jan mit Geld wollen ja nun es gibt jetzt dreiein aber es wird nach mit dem Ort nach rechts nicht kann müssen zu schützen dies ist komische Bunker Dings Die Geschichte ist von den Atomarverseuchten-Tonis. Ey, kennt ihr die Geschichte von den Creepern? Nein. Ich habe sie hier schon mal erzählt, wahrscheinlich hast du sie vergessen. Ich vergesse vieles. Also das war so, der Notch, der wollte halt noch extra Monster für, ja, für sein, für Minecraft. Und er wusste nicht welches, und deswegen hat's, ähm, man weiß nicht, wie das war. Also er wollte ein extra Monster haben, aber das Schwein war noch nicht fertig. Und, das ist ein Ozelot. Wir haben keine Fische. Ich weiß. Mann, wie das leckt. Ah, reicht schon. Und, der Notch hatte noch kein Schwein. Der hatte halt kein Schwein und, 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 um da sind voll viele Schafe die Schweine ein Kriegst Dr. 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 so welche Schweine mann jetzt drückt etwas mannig gibt es kein Land auch mann jetzt kann ich noch mal mehr an ja er hat und es ist nun im hier oben der Nordstatt hat die dieses Lungen genau kann man auch als Monster verwenden und genau das hat er in Deutsch gemacht. Er hat die Mitarbeiterin aufgetragen, ein Monster herzustellen und sie hatte schon immer eine Idee. Es ist so niedlich bei dir. Versteh ich nicht mehr. Hier. Ah, ist doch normal. Nicht weitständig, sonst ist es nett. Ich weiß. Fail. Es ist verrückt durch. Es hat hier ein Gesicht. Das wollte ich auch grad sagen. What the f... Die Mitarbeiterin hat an dem Creeper erschaffen. Der wohl berühmte... Der wohl berühmte... Und der wohl berühmte ist der... Monster in Minecraft. Ne, das ist Eurobar. Wer hat da nicht Eurobar gefunden? Der Notch selber oder was? Ne, das war so ein Junge, der hat Minecraft gespielt und er hat dann plötzlich ein Player ein... 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 ja... ähm... halt so ein zweites Windchen gesichtet. Ähm, von der Nähe hat er ihn auch gesehen und das sah halt aus... ähm... wie... steht und wie Steve, ohne Pupillen, und das ist das Ding. der wächst noch mal... und jetzt... wie heißt das, der WSG, was wir... welches? Ja... welches? nein, aber nicht in hier oben und hab können... nicht... ich hatte schon mal, dann habe ich ihm Schiss beim Spielen... ich habe hier genau genau der eine die anderen auch 1 einer hat geschrieben dass es ihn auch passiert ist ich hab jetzt gedacht es steht was im Chat Krimi und dann hat er recherchiert und dann hat er noch ein E-Mail geschrieben wo drin stand ob er irgendwas über dieses eine Männchen weiß und Notch hat gesagt ja nein gesagt ich weiß nichts über dieses Männchen er hätte auch lügen können angeblich hat er das gesagt soweit ich weiß hat er es eigentlich gar nicht gesagt im ich bin zu angespannt gegen alles genau ja bei und hat er wieder recherchiert die Worte jetzt soll die Wenzel und da und dann auch und auch wenn wir brauchen meint verkehlen dann auch durch den was auch mit du wirst ist Kürzern sie sind auch mann das muss schon Lauter sein. Loser, ich weiß ja wohl gar nichts. 1,2,3